Und hier haben wir den lieben Tommy. Hallo Freunde. Das einzige, was wir grün wählen, ist das Auto, oder? Also die Lackierung. Der ist auf jeden Fall im BMW-Teilkatalog verfügbar. Ah, okay. Guck mal, schnell. Grün auf dem Auto, ja. Aber bitte nicht auf dem Wahlzettel. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzliche Servus hier aus Nürnberg. Ich melde mich heute zurück bei euch, wie immer, mit einem neuen Video. Und treffe mich jetzt gleich mit dem lieben Tommy. Der liebe Tommy, beziehungsweise auch, besser gesagt, sein Auto, ist sogar ein bisschen bekannt. Also war auch schon mal in einer ziemlich großen Online-Zeitschrift zu sehen. Ich glaube, war es Beamer Today oder so etwas Ähnliches. Fährt nämlich einen sehr auffälligen und individuellen, also individual ist hier wirklich Programm. Mein M3 hier ist ja auch individual. Aber sein M4, also quasi das zweitürige, ja, Pordor, das Gegenstück zu meinem M3, ist da noch ein bisschen auffällig. Also hier, dieses Individual Frozen Black ist dagegen echt langweilig. Achtung, ihr Halt zu schön. Denn sein M4 ist grün. Und zwar nicht irgendein grün, sondern individual verde mantis. Und ich hoffe erstmal, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist eigentlich eine Farbe, eine Lackierung von Lamborghini. Okay, also die kennt man sonst so eigentlich eher von, ja, Huracan, Aventador, ja, solche Kaliber. Und er hat sich gedacht, nö, also wenn ich mir ein M4 bestelle oder kaufe, dann sollte der schon auch etwas sportlicher aussehen. Und ja, Haufen Performance, Carbon-Teile, Abgasanlage hat er, glaube ich, auch was gemacht. Er hat Leistungssteigerung drauf, er hat Fahrwerk oder Federn verbaut, irgendwas. Also es gibt einiges zu zeigen und das Coolste ist natürlich, wenn ich schon hier auch mit dem M3 unterwegs bin, werden wir dann natürlich auch mal einen direkten Vergleich machen. Ein bisschen gegenüberstellen, okay, welche Optik schaut besser aus auf dieser Baureihe und vor allen Dingen auch ein Soundcheck. Da bin ich schon gespannt drauf, freue mich sehr, den Tom jetzt kennenzulernen. Wir werden jetzt allerdings erstmal einen Kaffee trinken gehen und uns so ein bisschen kennenlernen persönlich. Und ich habe später auch noch eine kleine Überraschung, also Geschenke für ihn. Und ja, würde sagen, für euch geht es jetzt natürlich nahtlos weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich freue mich jetzt schon auf euer Feedback natürlich zum Video, aber auch vor allen Dingen zum lieben Tommy, beziehungsweise seinem M4 in Individual Verde Mantis. Also, macht es gut, bis gleich und Vollgas. Video bis zum Ende durchschauen, dann seht ihr nämlich auch, was ich für den lieben Tommy dabei habe. So, Freunde, wir sitzen hier nun am Kaffee und haben uns einen kleinen, passenderweise natürlich, Kaffee genehmigt. Und hier haben wir den lieben Tommy. Hallo, Freunde. Und man sieht schon, er ist natürlich auch BMW, ja, ich sage mal Freund, durch und durch. Freund am Fahren. Freund am Fahren, genau. Und wir haben gerade schon gesagt, Mensch, die Aussicht könnte kaum besser sein. Schaut es euch mal an. Dagegen sieht der M3 von mir echt langweilig aus. Und wir haben gerade schon gesagt, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dann bei der Fahrt. Das Einzige, was wir grün wählen, ist das Auto, also die Lackierung. Und jetzt wünschen wir euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Video. Werden natürlich auch sein Fahrzeug mal vorstellen. Vielleicht mal einen kleinen Soundvergleich. Wäre auch nicht schlecht und dann sind wir auf eure Reaktionen gespannt. Let's go! So, Leute, wir fahren jetzt zur Ziel-Location, an der wir euch das Auto vorstellen werden und auch den Soundcheck machen. Da dachte ich mir, nehme ich euch doch gleich schon mal hier live mit, dass wir dieses schöne, wirklich wunderschöne Fahrzeug mit dieser genialen Lackierung auch von hinten betrachten können. Sehr schönes Fahrzeug. Ja, hört sich auch sehr, sehr gut an. Was erwartet man noch anderes? Er hat allerdings die Serienabgasanlage. Also quasi ist ein Competition-Modell mit der, ja, eben auch erhöhten, würde ich jetzt mal, ups, Gang einlegen, wäre nicht schlecht. Mit der erhöhten Schubabschaltung. Also die ist ja beim Competition-Modell, soweit ich weiß, deutlich aktiver. Und ja, Software hat er drauf. Stage 1, also Motor-Software und die Getriebe-Software vom M4-GTS. So Freunde, hier kommen wir jetzt nun zur Vorstellung dieses wunderschönen Individual-Verdemantes, also allein schon die Namensgebung, ne? Ist wirklich geil. Bekannt von Lamborghini und ja, wie schon vorhin angedeutet, also im Vergleich zu dem hier, auch individual, ist das wirklich langweilig. Ja, Tommi, stell uns deinen schönen M4 doch mal vor, was hast du bisher alles geändert, was war schon serienmäßig verbaut, als du ihn gekauft hast und vor allen Dingen, warum in aller Welt hast du dich für so eine geile, aber auffällige Farbe entschieden? Ja, also das ist ein 2017er Facelift M4 und der wurde, den habe ich als Jahreswagen geholt, im südlichen Bayern. Und beim Autohaus Joas gab es den damals und ja, ich wollte eigentlich erst einen schwarzen oder einen weißen, aber ich habe dann diese Farbe gesehen und die hat mich dann, als ich das Auto live gesehen habe, so gefangen. Da war es dann einfach vorbei und ja, also an dem Auto war folgendes dran, die ganzen M-Performance-Teile, also der Pack-Spoiler, der war bereits vom Autohaus montiert worden, als auch der Diffusor unten, alles M-Performance. Genau, dann schön die Spiegelkappen hat das Autohaus, meines Wissens nach auch damals noch nachgerüstet. Und natürlich, ja, die Frontanbauteile, diese Lippe unten und diese Einsätze, rechts und links. Ja, das sieht schon echt pornös aus, ne? Also der Kontrast zwischen dem Carbon und diesem Grün ist wirklich Hammer, echt geil. Ja, das gefällt mir halt auch sehr gut. Und naja, es ist natürlich ein Kindheitstraum, der da irgendwie damals wahr geworden ist. Jeder, der sich so einem Auto entgegensehnt und das dann verwirklicht und das dann auch liebt und hegt und pflegt, der wird das, denke ich, mal teilen. Und ansonsten habe ich natürlich dann nach zwei Jahren die originalen Räder mal runtergemacht, weil ich so ein Freund von offenen Felgen bin. Und auch wenn dieses 666-Design sehr hochwertig ist, aber ich mag halt einfach so dieses klassische 5-Speichen- oder 5-Doppelspeichen-Design. Und von Wheelforce gab es da halt eine gute Option, die, ja, um Gewicht okay ist. Die sehen echt gut aus, ja? Und ja, die passen halt gut dran. Ja, und heute habe ich dann, war ich... Kurzer Vergleich nur. Kurzer Vergleich. Das sind die Original Competition Räder, die 666. Genau. Und das hier sind von Wheelforce. Ah, ganz kurz noch, du hast nicht die Carbon-Keramik-Bremser an der Gege? Nee, ich habe die normale Stahlbrengse. Erkennt man zum einen, also für die Laien, in Anführungsstrichen, viele von euch kennen sich wahrscheinlich deutlich besser aus als ich und der Tommy erst recht. Hier, die blauen Bremssättel, die deuten darauf hin, dass es im Gegensatz zu denen in Gold nicht die Carbon-Keramik-Bremser an der Gege ist. Und natürlich erkennt man es auch am Material, ja, der Optik am Material. Hier, die blauen Bremssättel. Ja, und heute war ich dann nochmal bei dem lieben Max von MX Motorsports. Du hast ja hinten einen schönen Aufkleber drauf. Genau. Jawohl. Ja, der Max kümmert sich halt immer um die Servicearbeiten und so weiter. Und heute haben wir halt noch diese Side-Skirts da unten dran gebaut, die halt die Optik nochmal so ein bisschen kompletieren. Die sehen auch sehr geil aus. Gibt es so nicht original als Performance-Teile von BMW, oder? Also meines Wissens nach gibt es die nur in Kunststoff von M Performance. Und die Firma Perlcarbon baut die aber in einer recht guten Qualität nach, oder beziehungsweise baut die in einer guten Qualität. Und das Carbon passt von der Farbe und von der Struktur auch ganz gut zu dem Originalen, wenn man es hier auf dem Dach zum Beispiel auch sieht. Also die Struktur des Carbons und auch die Farbegebung ist nahezu identisch. Und das ist ein schönes Gesamtbild. Ja, doch. Also all die Carbon-Teile sehen aus wie aus einem Ei gepellt, muss man dazu sagen. Bei mir das Carbon-Dach geht natürlich total unter, im Vergleich mit der dunklen Lackierung. Bei dir, da sticht das wirklich sehr, sehr geil als Kontrast raus. Okay, und hier, ich habe vorhin schon mal kurz drauf geblendet, M4.Tommy. Da findet ihr den lieben Tommy auf Instagram. Ich müsste wieder mal ein bisschen was machen, das muss ich dazu sagen. Da ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Da ist auch unser Verein vertreten. Wir sind ja, wir sind in Thüringen ein eingetrockener BMW-Verein. Also wenn es da Interessenten gibt, die sich vielleicht mit anderen Gleichgesinnten zusammentun wollen. Weil wir müssen in der Autoszene alle zusammenhalten. Das wird immer wichtiger. Definitiv. Auch markenübergreifend. Definitiv. Und ja, das sehe ich auch so. Und da würde ich sagen, wir brechen jetzt mal ein absolutes Tabuthema. Denn ich versuche eigentlich immer, das Thema Politik aus meinem Kanal rauszuhalten. Warum? Man kann eigentlich nichts richtig machen. Weil irgendwer fühlt sich immer angegriffen. Aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, grün auf dem Auto ja, aber bitte nicht auf dem Wahlzettel. Nicht, weil ich grundsätzlich das Ganze verteufel, aber überlegt mal, was die für einen Bockmist machen. Also Bärbockmist kann man dazu sagen. Das ist ja so nur die Spitze vom Eisberg, wenn man mal überlegt. Solche Autos, wenn ihr grün wählt, könnt ihr irgendwann abschreiben. Also die könnt ihr sowieso abschreiben. So etwas wird nicht mehr gebaut werden. Neben OPF und so weiter, es geht alles in Richtung Elektro. Also meine Meinung insgesamt dazu ist, jeder kann wählen, was er möchte. Das ist ja unbenommen. Das ist klar. Für mich hat Nachhaltigkeit auch was mit Erhalt zu tun. Und ich bin der Meinung, man sollte lieber das, was man hat, erhalten und pflegen. Und statt jedes Jahr ein neues Auto zu kaufen, das ist nämlich viel weniger nachhaltig. Genau. Das, was quasi die Industrie, was die Politik der Industrie vormacht, was dann die Industrie uns quasi immer offeriert, ist vielleicht auch nicht der goldene Weg. Genau. Sehe ich genauso. Und grundsätzlich, wie ihr schon sagt, wählt, was immer auch ihr für richtig haltet. Und egal, was ihr wählt, man kann ja trotzdem nachhaltig leben. Ja, man kann trotzdem umweltschonen. Und bloß, weil man so ein Auto fährt, ist man kein Umweltschunder. In meinen Augen. Das sehe ich ganz genau. Da muss man erst mal die Industrie aufs Korn nehmen. Braucht man bloß mal nach China oder Russland schauen, was da ist im Vergleich zu Deutschland vor allen Dingen. Was da viel schiefläuft. Aber grundsätzlich, überlegt euch wirklich gut, auch wenn ihr jung seid und sagt, ja, Nachhaltigkeit, ob grün wirklich die richtige Wahl ist. Und liest euch mal das Wahlprogramm durch und schaut mal, was die so verzapfen. Die Ziele sind immer das eine und erweckt dahin aber was anderes. Das ist ja das, ja. Die Ziele sind toll. Genau. Die kann man auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Aber wie es umgesetzt werden soll. Die Umsetzung ist das, ja. Genau. Okay, und jetzt wieder zurück zu den wirklich wichtigen Dingen dieses Videos. Ja, natürlich ist, ich finde, Politik ist was wichtig ist. Da muss man sich damit beschäftigen. Aktiv. Die erdest du besser. Genau, definitiv. Jetzt würde ich mal sagen, wir gucken vielleicht mal in den Innenraum. Können wir gerne tun. So, das Schöne an diesem Innenraum ist, in meinen Augen, oder das mit Schönste, natürlich hier schwarz, ja, als Kontrast zu dem grün. Perfekt. Und was ich jetzt auch gerade merke, grün zieht die ganzen Fliegen an. Aber überall am Auto. Vorne, hinten. Ja, nicht schlecht. Okay. Naja, vielleicht machen sie es ja ein bisschen sauber. Wir schlecken den Flugdreck ab. Ja, aber das Highlight ist in meinen Augen hier dieses Contrast-Stitching. Also diese individuelle Kontrast-Ziernaht. Die ist auch dann wahrscheinlich angelehnt natürlich an Verde Mantis. Ist ein grün, also sieht richtig, richtig gut aus. Das ist auch hier anders als bei meinen. Das sind auch vom Facelift in schwarz, finde ich, schaut auch hochwertig aus. Und es schaut stabil aus. Schau es dir mal bei mir an. Okay. Siehst du, wie gebrochen das ausschaut zum Teil? Die Schrift der Lacke so ein bisschen, als wenn das so wie so ein Plaster was gerissen ist. Genau. Ja, richtig. Also da hast du hier auf jeden Fall das bessere Material. Genau. Darf ich mich mal reinsetzen? Macht kein Auto nicht schlecht. Im Vergleich zu deinem ist es aber schlecht. So, und dann hier noch einen roten Startknopf, dass man auch wirklich weiß, hier geht es zu Action. Sehr schön. Genau. Das sieht schon geil aus. Oder? Wie findet ihr das? Was sagt ihr dazu? Mit diesem grünen Kontrast-Ziernaht? Oh, du liegst ganz schön entspannter drin. Ich bin immer eher so der Rennfahrer. Die Leute schimpfen schon immer. Sehr geil. Oh, jetzt wird es laut. Flugzeug. Da würde ich jetzt wahrscheinlich auch lieber drin sitzen und irgendwo schön gen Süden fliegen. Sehr schick, ja. Und ausstattungstechnisch sehe ich, ist der auch sehr gut dabei. Der ist voll, ja. Du hast auch die Rundum-Kameras, wie bei mir. Das sind alle Kameras, alle Assistenten. Ja, elektrisches Heckerolo, Assistenten, alles am Start. Hammerkarton? Ja. Schick. Sehr schön. Ja, doch, gefällt mir gut. Jetzt bin ich gespannt. Das ist der Victor. Ach, guck mal hier. Der Victor. Woher kennt man den? Der ist auch wie gerade im BMW-Teilkatalog verfügbar. Ah, okay. Ja, cool. Für die Kinder halt nochmal. Stark, das ist stark. Okay, ansonsten zum Thema Technik ein bisschen. Du hast die Stage 1 drauf. Also der Max von MX Motorsports, der hat mir eine Stage 1 drauf gemacht. 520, 530 PS, 720 Newtonmeter, sind jetzt nicht gemessen, aber das ist so das, was laut seiner Aussage dabei rumkommt, das ist auch wirklich spürbar, das kann man schon so sagen. Und GTS-Getriebe-Software haben wir gemacht. Dann haben wir die Charge-Pipes natürlich verstärkt. Also halt Alu gezogen, die Boost-Pipes geändert, dann sind Stoff-Luft-Filter drin, weil man auswaschen kann und so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten. Aber jetzt keine tiefen Eingriffe, also keine Down-Pipes, keine Motoröffnung, keine Motorsport-Technik in dem Sinne. Okay, okay. Human alles. Okay. Das reicht aber auch. Okay. Und du hast auch die Getriebe-Software vom GTS drauf? Genau. Merklicher Unterschied? Ja. Also ich glaube, die einen Kuppeldrücke und so weiter sind nochmal ein bisschen optimierter. Mittlerweile fällt es mir nicht mehr auf, am Anfang habe ich es aber schon gemerkt. Das ist schon ein bisschen bemerkbar. Okay. Super, sehr schön. Ja gut, ansonsten gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest. Du hast vorhin nämlich was auch erwähnt, Thema Zusammenhalt und Freude am Fahren oder Freund am Fahren. Freunde am Fahren. Freunde am Fahren. Definiert das mal. Ja, also ich bin halt der Meinung, Leute, trefft euch, engagiert euch, tut euch zusammen, tut was für einen guten Zweck. Das kann man auch mit Autos tun. Ja. Das machen wir normalerweise, wenn jetzt nicht gerade das große böse Zeh über uns schwebt, machen wir das im Verein auch. Also wir versuchen halt immer das Schöne mit dem Nützlichen zu kombinieren. Okay. Oder auch ansonsten ist es schön, mal zusammen eine Ausfahrt zu machen, mal ein gemeinsames Ziel anzusteuern. Einfach miteinander Zeit verbringen und sein Hobby lieben und zelebrieren. Das ist das, was uns am Wochenende vor die Tür treibt, würde ich sagen. Ja, definitiv. Tolle Worte, Tommy. Sehr schön. Okay, ich habe übrigens auch noch eine Kleinigkeit für dich. Arte. Du bist ja jetzt exeher gekommen. Halt du mal bitte die Kamera. Warum? Damit ich es holen kann. Und damit man nicht sieht, wie mein Kofferraum ausschaut. Also bitte nur hier. Okay. Es sind keine Leichen drin. Nee, aber du kannst schon her schauen. Ist ziemlich unaufgeräumt. Jetzt pass mal auf. Jetzt habe ich hier. Guck mal schnell. Ach du liebe Zeit. Genau. Also jetzt gucken wir mal. Wir haben hier eine kleine Auswahl für dich. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Du bist sicherlich auch. Du sagst ja, du hegst und pflegst dein Fahrzeug. Ja. Jetzt würde ich dir anbieten, dass du dir da mal irgendwie zwei, drei Flaschen raussuchst, wo du sagst, Mensch, damit könnte ich was anfangen. Und zwar ist das von Exklusiv Chemie. Da habe ich unter anderem Felgenreiniger für dich dabei, Keramik-Hybrid-Versiegelung, Carnauba-Sprühwachs und ja auch Innenraumreiniger, Cockpit-Reiniger. Gäbe es da irgendetwas? Also sagst du, Mensch, da hätte ich Interesse dran. Also für Felgenreiniger bin ich immer zu haben. Okay. Ja? Noch was? Weil im Gegensatz zu dir habe ich ja doch ein bisschen Bremsstaub. Ja. Zu bewältigen. Das ist ja mit dir nicht so der Fall. Stimmt, ne? Ja, wenn du einen guten Allzweckreiniger dabei hast, nehme ich den gerne ein. So, schauen wir mal, was hier in der Wunderkiste drin ist. Ja, fast wie Weihnachten. Also einmal hier für dich Felgenreiniger. Super. Gerne. Ich habe mir gedacht, das werde ich jetzt künftig. Also hier an der Stelle, Leute, bewerbt euch gerne oder meldet euch. Das ist ja kein Bewerbungsverfahren hier. Aber meldet euch gerne, dass ich auch mal mit euch gemeinsam euer Fahrzeug vorstellen kann, wenn ihr da Bock drauf habt. Dafür am besten auf Instagram vorbeischauen und mir da eine private Nachricht schreiben. Ich hätte auch noch Insektenentferner da. Super. Ja? Siehst du mal. Ist gekauft. So. Also. Als kleines Dankeschön. Das werde ich in Zukunft immer machen. Weil abgesehen davon Red Bull oder ein Kaffee, das ist für mich Ernstsache. Aber sowas gehört, finde ich, auch mal dazu. Dass wenn vor allem die Leute weiter weg herkommen. Du kommst aus Ilmenau. Ich komme aus dem Thüringer Wald. Genau, aus dem Thüringer Wald. Ja, genau. Und ja, so als kleines Dankeschön. Vielen Dank, Jo. Vielen Dank. So, Freunde. Jetzt gibt es einen kleinen Soundcheck bzw. Soundvergleich für euch zwischen dem M4 vom Tommi und meinem M3. Du hast die Serienabgasanlage drunter. Competitionanlage, ja. Genau, Competitionanlage, eventuell durch die Software mehr Schublubbern und bei mir die Aulitzky Exhaustabgasanlage, also sprich Mittelschalldämpfer und N-Top natürlich auch mit Software und jetzt gucken wir einfach mal, welcher besser klingt. Also ihr dürft gerne abstimmen, oder? Hört sich schon trotzdem, muss man sagen, für den M3, Serienabgasanlage ist der echt wahnsinnig laut, ne? Danke an MX Motorsport. Genau. Und jetzt bin ich auf deine Reaktion hier gespannt. Okay. Was meinst du? Also ich denke nicht, dass es deutlich lauter ist, aber ich denke, dass es eine andere Klangfarbe ist. Also ein schöner. Ein bisschen trockener und dann, wenn er dann in das Kupan reinkommt, ein bisschen spitziger. Schon, ne? Ein bisschen tiefer, bassiger, ne? Ja. Runden rum. Also Leute, was sagt ihr klangtechnisch? Ich finde beide geil und man muss ja wirklich sagen, für einen Serien-M3, wenn man vergleicht so E92, ne? Schöner V8 natürlich, aber die waren serienmäßig relativ zurückhaltender, ne? Und der ist vom... Also ich denke auch, dass die Serienabgasanlage vom normalen M3, M4 auch deutlich zurückhaltender ist als die Competition. Ja, das schon. Und auch nochmal deutlich leiser als die Performance. Das stimmt, ja. Aber die Aulitzki-Anlage, die ist auch geil, auf jeden Fall. Auch geil, ne? Also nimmt sich beides nicht viel und von dem her Grüße an Aulitzki und in deinem Fall an... Mx Motorsports. Mx Motorsports. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, lieber Tommi. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und Spaß gemacht beim Zusehen. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen fernab von der Kamera und freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Bleibt dran, abonniert den Kanal und dann wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Servus.